windig windig ist es aber die sonne scheint das wetter ist gut herzlich willkommen ich bin joshua dein vip coach für bedingungslose liebe und in diesem video lernst du wie du die ursachen für alle deine geldprobleme und deine wohlstandsprobleme den mangelnden wohlstand auflösen kannst du kennst vielleicht die geschichten von leuten die millionen im lotto gewonnen haben hinterher waren sie noch ärmer wie davor wie kann das sein warum fließt das geld wieder davon warum bleibt es ganz mehr über geld lernen in dem video warum geld liebe ist von mir aber in diesem video sage ich dir erstmal als erste hilfe maßnahme wenigstens ein paar gedanken anstatt zu denken ich habe kein geld mehr oder das geld ist knapp es reicht bald nicht mehr zum beispiel ich bin in fülle wäre ein guter gedanke ich vertraue dem universum ich hoffe es geht mit dem wind leide grenzenlose fülle ist jederzeit frei verfügbar für mich auch ein schöner gedanke materieller reichtum unterstützt meine spirituelle kraft ich verdiene ein leben in fülle du verdienst ein leben in fülle und du verdienst materiellen reichtum denn er unterstützt auch deine kraft es ist ein natürlicher reflex meine seele in fülle zu leben genau das soll erst mal reichen an so positiven sage ich mal affirmations gedanken die immer noch besser sind als so ein mangel gedanke aber jetzt gehen ganz eingemachte und zwar wie lösen wir wirklich die energetischen ursachen auf für geld probleme und mangelnden wohlstand als erstes bittet ihr eure engel das universum oder gott vater mutter um ein licht kegel für euch so lange wie sie es für richtig halten macht das bitte kurz in gedanken und wenn ihr den licht kegel habt kommt der nächste schritt ihr fühlt weit in eurem herzzentrum und sagt den gedanken ich gehe in resonanz zur bedingungslosen liebe in diesem moment herz chakra automatisch versuchen aufzugehen und in diese resonanz zu gehen jetzt wenn ihr diese weite fühlt der wichtigste schritt ihr sagt in worten oder gedanken ich liebe die ursachen für alle geldprobleme bei mir oder in meinem leben oder die ich erfahre oder ich liebe die ursachen für alle geldprobleme und mangelnden wohlstand in meinem leben findet für euch die passende formulierung und dann fühlt weit und macht das kurz gemeinsam mit mir dass euer lichtkörper das schneller lernen kann und dann müsst ihr es selber machen bis das geld wieder fließt und wenn es fließt lasst ein abo da und ein kommentar ich würde mich freuen auf jeden fall los geht's also ich gehe in resonanz zur bedingungslosen liebe die pros können auch in resonanz der innigsten liebe gehen um ihre geldprobleme im zeitraffer aufzulösen und dann wenn ihr die weite fühlt sagt er ich liebe die ursachen für alle geldprobleme oder die ursachen für alle geldprobleme und mangelnden wohlstand in meinem leben und bleibt konzentriert einfach fühlt wo der strahl der bedingungslosen liebe hinfließt und atmet dorthin ein und weg ist das ganz wichtig ist jetzt eigentlich so auch ganz wichtig ist es nicht so ganz sehr ist es ist es nicht so sehr wichtig ist es ist hier ein bisschen so sehr wichtig ist es nicht so viel ist es ist es ist nicht so viel unutage in der Kirche ist es nicht verbunden und ist es aber sehr wichtigсти, Solltet ihr rausfallen, dann wieder von vorn, geht in Resonanz zur bedingungslosen Liebe, fühlt bei dieses goldene Licht, das euch umhüllt aus eurem Herzchakra und dann sagt, ich liebe die Ursachen für alle Geldprobleme und mangelnden Wohlstand bei mir und macht das wirklich, konzentriert auf Tage, Wochen, wenn es sein muss, vertraut auf Wunder und auch darauf, dass euch die richtigen Gedanken für die Realität und die Kraft da sein wird, dass ihr die Dinge umsetzen könnt, die ihr liebt, so dass ihr das Leben leben könnt, dass ihr liebt und Erfahrungen machen könnt, die ihr liebt. Liebt die Ursachen für alle Geldprobleme und mangelnde Fülle in eurem Leben. Genau, das soll reichen. Du selber musst es natürlich länger und öfter machen, bis du wirklich merkst, da löst sich was. Ich wünsche dir viel Erfolg und wenn die Kohle wieder fließt, schreib im Kommentar und lass ein Abo da. Bye, bye und ciao, ciao.